Halli, hallo, hallöchen liebe Leute, willkommen bei einer weiteren Folge Outlast 2 mit mir am Lachsack. So, letztens sind wir hier stehen geblieben. Wunderthal. Ja, und ich hab eigentlich gar keine Lust gerade weiter zu spielen, aber irgendwie will ich hier aus dieser Kacke raus. Kreiß dich zusammen. Es ist wieder etwas komisch und da scheint nichts drin zu sein. Man soll irgendwelche Bodenlupen gleich auf Anhieb entdecken, die noch vom Schnee bedeckt sind. Ein paar Sachen tut mir leid, liebe Spielentwickler und so, aber ein paar Sachen, die sind dann doch ein bisschen schwer zu finden. Dingel, 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 keine Ahnung. Was? Jessica! Ja? Der Baum versucht nach uns zu greifen, aber wir filmen uns mal tapfer weiter. Was? Wow. Jessica! Jess! Wohin denn? Hey! Oh, was? Ich seh nichts. Jetzt seh mal, liebe Lange. Seh mal. Jessica! Kannst du mich hören? Oh, die Geräusche. Ich kann nur dem Flüstern folgen. Was? Ich kann nicht zu viel von der Taschenlampe anlassen, äh, von der Kamera anlassen. Das ist doch was wegnehmt. An Energie. Da flüstert sie. Da auch. Was? Schnell. Geht das denn endlich? Ich glaube, wir müssen da rennen, aber ihr habt es gerade gehört, denn ich glaube, das ist das Monster. Ich renne mal. Jess, are you there? Ah! Oh, ich war da rein. Oh, ich bin da. Was ist das? Wir sind wieder in der Normalwelt. Wir sind in der Mine. Wollen wir hier lange überhaupt? Nee, definitiv nicht. Das ist gruselig. Ja, halt dich fest. Boah. Vor dem Spiel liegen irgendwann mal meine Nervenblanken. Liegt hier was? Batterien wäre geil. Nein? Okay. Ansehen. Andere Seite. Kannst doch schwimmen. Besser wieder durch das Kloakenwasser. Ich muss dich hier hoch. Ich glaube, ich musste hier hoch. Dann habe ich bestimmt irgendwas übersehen, aber ich will jetzt auch nicht zurück. Ist hier lang? Nein. Ich dachte, hier liegt wieder irgendwer tot ist. So. Ja. Komm hier hoch. Nein, das soll er nicht machen. Und dann später wieder über, was ist das für Felsen springen. Ich werde nicht ein fucking Ton in das Wasser setzen. Es ist gar nicht so etwas falsch. Es ist nicht so etwas falsch. Es ist nicht so etwas falsch. Ich glaube, da blubbt echt irgendwas drinnen rum. Ich weiß nicht, ob es kommt, das mich umbringen möchte. Ja, den Fisch würde ich nicht mehr probieren. Ich höre wieder irgendwas rummatschen. Will ich da rein? Haha. Was ist, wenn ich auf den Steg gehe? Zieht mich dann irgendwas in die Tiefe? Will ich das ausprobieren? Ich renne mal kurz. Ich muss nur mal kurz dahinten gucken, was da ist. Aber eigentlich will ich nicht zu nah ans Wasser rennen. Oh, er will was aufnehmen. Weil, wie gesagt, hier blubbt irgendwas komisch rum im Wasser. Aber ich gehe davon aus, dass es Feinde sind. Ich gehe davon aus, dass es Feinde sind. Ja. Unsere gute Batterien. Eine haben wir ja irgendwie voll verschwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist hier irgendwer oder irgendwas drin? Wobei in dieser eingebildeten Welt, sag ich jetzt mal, waren. So nah ans Wasser wollte ich gar nicht. Da in diesem einen Kellerabteil waren, wo ich nicht wusste, wo es jetzt weiter geht und ob wir zurück müssen und mir das zurück eigentlich eher unnobisch erschienen. Egal. Wir gehen jetzt zu dem Haus. Das muss dann eigentlich offen sein, denke ich mal, oder? Ja. Hier war doch, glaube ich, gerade wer drinnen, oder? Nein. Äh. Nachladen. Es wäre schön, wenn die Batterien drinnen gewesen wären. Ich sehe schon aus dem Fenster. Also, aus dem Fenster. Müssen wir, damit wir weiter können. Und dann hier jetzt irgendwas? Nein. Also, ich sehe es nicht. Wenn da irgendwas ist, dann guckt mich in den Aufnahmenfall, die ihr schon gesehen habt, wo die fertig sind. Wo ich die jetzt mehr ändern kann. Na, Herr Lasser! Du hast doch was vergessen! Ja. Kann ich mich ändern. Was sind das für Geräusche? Soll ich hier hoch, oder soll ich da hoch? Was? Ich gehe mal hier. Warum weiß ich nicht. Diese Bauten sind mir eigentlich nicht so geheuer. Und wenn sie von diesen... Was? Irgendwas hier. Also von diesen seltsamen Hinterwettlern gebaut worden. Ich weiß nicht, ob die so, soll ich sagen, stabil sind. Okay. Oh, das ist jetzt nur für eine Aufnahme? Oder geht es jetzt tatsächlich auch noch weiter? Ich glaube, hier geht es auch noch weiter. Das sagt, du siehst es doch dann. Miau? Was? Ja, hier ist das nächste. Von der Mine zum Fischerdorf, oder was? Ich glaube, wir müssen den anderen Weg lang. Bei dem ich vorhin nie gedacht habe. Oder sind wir dann? Das sagt, Maximal verwirrt. Ja. Ich sehe es, wir müssen hier rüberspringen, glaube ich. Geronimo! Halt dich fest, und! Ich hoffe, das war richtig. Wenn ich dann... Ja. Aber jetzt muss ich... Das Blatt hat mich erschreckt. Etwas erschreckt. Haben wir jetzt etwas Schaden gefressen. Das ist mir auch Jacke die Hose. Was ist denn hier los? Ja. Ich muss leiden. Ich sehe es auch. Da hinten sind schon wieder diese... Netten Menschen. Was sind das für Geräusche? Warum sind die hier abgehauen? Die wohnen doch hier. In Hillbillyhausen. Da kommen wir ins Fenster rein. Kommen die zurück. Oh, diese Geräusche gefallen mir mal gar nicht. Was zum Schmögern? Sind das jetzt irgendwelche Gläubigen oder sind das Satanisten? Gläubige Satanisten? Ne, ich meine irgendwelche Anhänger... Königreich Gottes. Oder jetzt doch... mehr... Schiene... Heil-Sataners. Abraxas. Ich weiß das nicht. Was? Ja, ja. Über den sicheren See. Da muss doch noch irgendwo was sein. Mist. Ja, ich blicks nicht. Okay. Ne. Ihr habt gedacht, indem wir was ausmachen sehen wir was. da sehen wir besser dass du was ich weiß dass ich das aufgezeichnet ich wir wohl nicht die ganze aufnahme davon ich sage ich versuche mal ob hier irgendwas ist ja was der batterie das hat sich alles gelohnt leute jetzt nach wie aus dem see raus das wäre nicht so gern rückwärts laufen ganz genau und spring egal die kamera ausnehmen hier können wir nicht doch wir können benutze los zu steuern da wo soll ich denn mit dem kackflos ich hatte einfach mal ich nehme ich ein bisschen auf paddel weiter ja das haben die cool gemacht mit dem los muss ich sagen ich trau dem ganz nicht vor allem was ist das für ein floß es wird immer dunkler also nebliger war nicht scheiße ich drücke nebenbei noch das zum sprinten oh gott was was war das was ist das Oh! Durch die ganzen Toten Fische! Geh mal Hilfe! Jetzt geht aber ordentlich fertig, Junge! Da ist doch noch irgendwas in dem See! Nein! Das ist gleich! Wo ist das los? Das ist los! Alter, los! Los aufs Fluss! Nein, nein, nein! Das ist das Monster! Los kommt, interagiert und dann drauf! Los! Kling vor zwei Wänden, ist mir gerade egal! Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich! Wenn's Paddel was das Zeug hält, Junge! Oh Gott! Ja! Mach doch weiter nach vorne! Pass das hin! Ja, einfach nur weg von dem See! Hier irgendwas filmen wieder? Nein! Ist da irgendwas totes vor uns? Ich weiß es nicht! Wildwasserrafting wollte ich jetzt aber nicht machen! Kannst du nicht einfach absteigen oder so? Dann an den Land und... Ach egal! Ich dachte da war irgendein Viech wieder! Lass mich dir helfen! Gesehen wie zack schmusert der ausser! Die will ich mir garantiert nicht helfen! Wenn wir jetzt zu offen irgendwo anhecken, geht dann das Ding kaputt! Ich möchte es eigentlich nicht ausprobieren! Ich möchte es eigentlich nicht ausprobieren! Dann tu mir ehländischer Saufen! Ist hier irgendwas? Ne! Ja! Ich hab echt Angst, dass das Ding hier kaputt geht! Ist das wurscht? Nicht zu lenken? Was? Ich wusste es! Los, komm! Ich dachte ganz ganz viel zu scheiße! Ja, los! Was war so gewollt? Das sind diejenigen! Sie haben sie zu Glen! Ich bin nahe! Wir sind nahe! Wir sind nahe! Was war da? Genau! Was war da? Was war da? Was war da? Das sind die Kulte? Die sind tot! Das sind gute Christen! Das war die Gäste! Die Gäste, die sie umgemerkt hat. Die Eretzigen, sie... sie wollen sie, die Bindel haben! Das ist... Mein Gott! Was machen sie, wenn es kein Baby gibt? Ich muss... Jesus! Lynn! Komm! Jetzt war ich mal ganz ruhig, damit er das erzählt, damit ich das auch mitkriege. Es speichert wieder. Da ist wieder irgendwelche... Jedes Mal will er das nicht aufnehmen. Was anderes? Das du auch nicht? Boah! Beetzhaltung, auf! God! Ich weiß nicht, was das mal war. Es sah aus, als ob sie irgendwelche Leute wieder runtergeworfen haben. Wird die auch eigene Leute nicht, oder was? Oh, jawohl, jetzt durch Leichen durchpaddeln, glaub ich. Scheiße! Das muss stinken! Vor allem das Wasser muss, glaub ich, giftig sein. Boah! So im Gleichnamen, ja. 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 Ich speichere nochmal. Das ist nicht ganz ohne irgendwelche... Folgendes Bakterien sag ich jetzt mal. Jetzt geht's wieder einigermaßen automatisch weiter. Was macht die da oben für Sachen? Das ist bloß dann egal, was das ist. Und das noch da? Genau. Nein, 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 nein. Was? Was? Achtung, meine Fresse. Ich speichere schon wieder. Jetzt mal, wandeln wir jetzt mit dem Ding bis zum Ende, oder was? Bist du mal nach rechts? Das haust du wieder dagegen? Ja. Bist du mal nach rechts jetzt? Oh, scheiße! Was ist das? Für ein Geräusch? Hinter uns. Verfolgt uns wieder wer? Junge, paddelt! Das sieht böse aus. Was? Ist alles so schnell... Oh! Fuck! Sind wir tot? Ich hoffe nicht, dass wir tot sind. Was ist das jetzt schon? Oh, kacke. Ja? Was ist das für Geräusche? Rennen. Einfach rennen. Wo ist das nicht? Ich weiß nicht, war das gut, war das nicht gut? Ich glaube, wir saufen. Ich glaube, dass wir nicht das Schloss auf Seiten machen können, aber... Ne, jetzt hat sich das Monster. Oh! Oh! Okay, irgendwie hätten wir rübergemussten, das Flos zu holen. Kacke. Okay. Okay. Ich bin so nah. Gut, Leute. Aber, ich würde sagen, die Aufnahmen sind lang genug. Und, äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis, äh, zur nächsten Folge. Ciao! Euer Lasse. Oh! Oh!